Und damit von Herzen Willkommen. Cool, dass du dabei bist, mein Freund. Ich hoffe, es geht dir gut und ich will heute gar nicht vorweg so viele Worte verlieren, denn das, was ich mit dir heute teilen möchte, das kommt gleich ohnehin im Anschluss an das Intro. Und zwar war ich vor roundabout 2-3 Monaten, ich glaube es war Juli, in Darmstadt zu Gast gewesen, bei Radio Darmstadt in den Räumlichkeiten. Der gute Hannes hat mich eingeladen zu seinem Podcast-Format Hannes & Guests und zustande gekommen ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch zum Thema Selbstfindung. Relativ kurz, ich glaube so irgendwas zwischen 15 und 20 Minuten geht das Ganze. Ich packe dir den Link natürlich unten in die Beschreibung, da kommst du direkt zum Spotify-Podcast und ich habe dir gleich im Anschluss an das Intro sozusagen die ganz interessanten Szenen so um die 5 Minuten auch mal zusammengeschnitten, kannst du gerne reinhören und falls du sagst, hey, ich will das gerne ganz hören, dann klickst du einfach auf Spotify sozusagen mal vorbei. Und ja, auch falls du dich gefragt hast, was ich denn eigentlich so im Rahmen des Neo-Mentorings mache, dann ist das hier wahrscheinlich relativ spannend für dich, denn ja, wird schon so ein bisschen Einblick geben in meine Arbeitsweise, aber dann auch in verschiedene Themen, sei es die Meditation, sei es zum Beispiel auch ganz kurz das Stille stehen und verschiedene andere Themen, die alle so in diese Richtung Selbstfindung, Selbstverwirklichung gehen und mir bleibt nicht mehr zu sagen als viel Spaß beim Anhören. Falls du Fragen oder sowas hast, dann schreib gerne in die Kommentare rein und für noch mehr Details auch zum Neo-Mentoring, dann klick gerne mal auf neo-mentoring.de vorbei und sichere dir ein kostenloses, unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir persönlich und ich würde dir dieses Neo-Mentoring dann auch mal noch in Detail vorstellen und wir schauen einfach, ob eine mögliche Zusammenarbeit für dich Sinn machen kann, um dein Leben wirklich von innen nach außen zu transformieren. Wie auch immer, wir starten das Intro und danach geht es dann rein in das Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß damit, dein Maurice. Willkommen bei Hannes & Guests zu einer weiteren Folge von Meet & Speak. Unser heutiges Thema, Selbstfindung mit Maurice Merkert. Herzlich willkommen. Ja, hi, freut mich hier zu sein. Maurice, wie bist du zu dieser Thematik gekommen? Ja, ich habe so in dem normalen Rollenmodell, sage ich mal, nicht mehr so viel Sinn gesehen und auch das, was man mir in der Schule erklärt hat, hat mich auch irgendwie nie so wirklich erfüllen können oder zufriedenstellen können. Und das war dann so der Anfang, wo ich begonnen habe, irgendwie das erste Mal auch zu lesen, nicht weil ich es musste, sondern wirklich, weil ich mich dafür interessiert habe für diese Themen. Das heißt, es ging dann so wirklich um Selbstfindung. Ein großes Wort, werden wir vielleicht gleich noch ein bisschen aufschlüsseln. Die Frage, wer bin ich, hat mich beschäftigt, was will ich hier? Und dann damals das Glück, mit einigen coolen Leuten in Kontakt zu kommen, wo ich das erste Mal gemerkt habe, okay, die Welt ist eben doch ein bisschen mehr oder vielleicht ein bisschen tiefer, als ich das bisher in dem noch recht jungen Alter so erfahren durfte. Und das war damals der Startschuss, warum ich mich dann bis heute wirklich mit den Themen auseinandergesetzt habe. Hast du da spezielle Fortbildungen gemacht oder Kurse, um einen anderen Horizont zu gewinnen? Oder ist vielleicht durch die Meditation dir einiges zugefallen? Sowohl als auch. Also es war damals so, dass ich begonnen habe, mich natürlich so ein bisschen ausprobieren. Ich habe Kampfkunst ausprobiert, erstmal so eine eher externe. Das heißt, Muay Thai war das gewesen. Ich habe dann aber auch Tai Chi für mich entdeckt, was ich bis heute praktiziere. Ich habe da auch einen ganz tollen Lehrer in Koblenz, dem ich da auch einiges zu verdanken habe, sozusagen. Und das hat mich maßgeblich dann auch hin zur Meditation geführt, ist ja klar. Das heißt, diese fernöstlichen Kampfkünste arbeiten ja sehr, sehr viele auch im Inneren. Das sind innere Kampfkünste. Da bin ich dann auch das erste Mal über die Meditation gestoßen. Und ja, das war eine Reise, die auch bis heute anhält. Das heißt, wie du das jetzt gesagt hast, wenn man dann beginnt, wirklich mal nach innen zu fühlen, einfach mal still zu werden und nicht immer etwas tun zu müssen, beginnt halt eben auf einmal ein ganz eigener Prozess. Und das ist auch das, was ich heute sozusagen bei anderen initiiere. Du hast eben den Begriff der inneren Mitte genannt. Kannst du ihn vielleicht mal erläutern, wie man ihn fassen kann? Ja, innere Mitte ist natürlich auch ein Wort, was viele von uns vielleicht heute immer mal wieder benutzen, ohne vielleicht so richtig zu wissen, was es eigentlich ist. Das heißt, wenn man sich jetzt unser Menschsein anschaut, ist es so, dass wir aus gewissermaßen drei Ebenen zusammengesetzt sind. Wir haben verschiedene Seinsaspekte. Man muss am Anfang überhaupt erst mal sich still hinzustellen und zu realisieren, dass wenn ich jetzt, sage ich mal, äußerlich einfach mal still stehen bleibe, meine Aufmerksamkeit nach innen lenke, dass ich auf einmal merke, okay, ich kann wirklich über meinen Geist, also über meine Aufmerksamkeit, verschiedene Körperteile entspannen. Das heißt, da muss jetzt kein Masseur ran, da muss jetzt kein Physiotherapeut unbedingt ran, sondern ich kann wirklich lernen, dass ich meine Aufmerksamkeit jetzt zum Beispiel in die Beine lenke. Nach und nach werden sich die Beine entspannen, wenn ich das denn möchte. So, und das ist halt eben so ein ganz, ganz spannender Aspekt, dass wir halt eben dann nach und nach realisieren, die Energie, die sonst halt eben permanent nach außen geflossen ist, fließt jetzt auf einmal nach innen. Und ich kann jetzt wirklich lernen, wie ich jetzt wirklich innerlich Blockaden abbauen kann. Ich kann lernen, wie ich halt eben da, wo ich bisher innerlich zugemacht habe, mich sozusagen verkrampft habe, wie ich dann offen bleiben kann, entspannen kann. Und das ist wirklich so, dass wenn die äußeren Bewegungen erstmal so ein bisschen reduziert werden, werden die inneren Bewegungen viel, viel spürbarer. Und das ist dann wirklich so, dass halt eben Geist und Körper miteinander verschmelzen. Und das ist bei mir eben auch so mit das Erste, was man halt eben lernt. Und das geht dann natürlich irgendwann aber auch über in fließendere Bewegungen. Das heißt, ich arbeite da auch viel mit Qigong-Übungen, mit Tai-Chi-Übungen, wo man sozusagen dann auch realisiert, dass man nicht immer wie im Fitnessstudio irgendwie ganz angestrengte Übungen machen muss. Die haben natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, aber das, was uns heute vor allen Dingen abhanden kommt, das ist eben dieses Fließen, dieses entspannte Bewegen. Und das überträgt sich dann logischerweise auf den Verstand, auf unser Denken. Das erste Mal realisiert, okay, in mir gibt es wirklich eine Lebensenergie. Das heißt, im Fernöstlichen wird die Qi genannt. Ist im Prinzip das, was alle Vorgänge im Körper auch ermöglicht. Natürlich ist es dann auch so, zum Beispiel jetzt durch so eine stille Stehen-Praxis oder auch durch die Meditation, dass man nach und nach eine Bindung, das heißt eine Aufmerksamkeit für diese Energie im Körper entwickelt und dass man diese Energie wahrzunehmen beginnt. Und das ist ein ganz, ganz spannender Prozess, der sich dann natürlich auch nach und nach überträgt. Wenn man das jetzt zum Beispiel mal im Freundeskreis ausprobiert oder halt eben auf einem Retreat, auf einem Seminar oder wie jetzt bei mir in einem Coaching, realisiert man halt eben dann auch, dass halt eben vielleicht unbewusst schon vorher, aber jetzt halt eben bewusst, man wahrnimmt, dass andere Menschen einen auch permanent schon beeinflussen. Das heißt, man muss es noch nicht mal bewusst wahrnehmen, sondern man kann auch einfach mal reflektieren, je nachdem mit welchen Menschen ich mich jetzt großenteils umgebe, nehme ich vielleicht gewisse Verhaltensmuster, gewisse Gedankenmuster, gewisse Gefühle auch an. Und so ist es dann halt eben auch, dass man das sich bewusst zur Nutze machen kann. Das heißt, wenn man sich einen Lehrer aussucht oder jemanden, wo man merkt, okay, da möchte ich vielleicht was von lernen, dann überträgt sich diese Energie erstmal vielleicht rein eher gedanklich. Ich möchte einfach auch Leuten eine Einladung geben. Das heißt, das ist so ein bisschen mein Anspruch, dass man nicht mehr so in diesen Schubladen denkt, dass man sagt, entweder bin ich jetzt weltlich erfolgreich oder, sage ich mal, spirituell unterwegs, sondern dass man realisiert, hey, wir leben sowohl hier in dieser physischen, materiellen Welt als auch in dieser spirituellen Welt. Das heißt, wir können beides miteinander verbinden und das ist so mein Anspruch, dass ich in den nächsten fünf Jahren halt eben da mich so ein bisschen etabliert habe, halt eben auch vielleicht noch mit anderen coolen Leuten zusammenarbeiten kann, dass wir da sozusagen eine Möglichkeit für alle, auch jungen, aber gerne auch ältere Menschen bieten, wo man dann halt eben beide Welten endlich lernt, miteinander zu verbinden und nicht mehr so in diesen Widersprüchen lebt und denkt.